Moin Leute, willkommen hier bei Michael Billum. Wir tatsächlich fangen heute mit einer der besten Anfangs-KI-Gegner an, und zwar diesem Haufen hier. Wir waren so schön, einfach eine Rakete zu klatschen und alles ist weg. Das ist so schön. Und ja, dieser Plan heute, den wir haben, den werdet ihr schon im Titel gesehen haben, denn ich weiß es bis jetzt noch nicht. Ich bin heute wieder ein bisschen spontan unterwegs, aber ich habe im Hinterkopf, dass ich nach Sturmhofer machen könnte. In der letzten Runde, falls ihr nicht gesehen habt, aber die letzte Runde war auf jeden Fall mit Stahlkuhlen. War ganz lustig tatsächlich, aber also hatte ich mir schlimmer vorgestellt, also es war nicht ganz okay. Kurz gut funktioniert, muss ich zugeben. So, deswegen ist das der beste Opening hier von der KI, den ihr immer haben willst, denn einfach nur zwei Raketen und dann hast du einfach alles weg hier. Was halt echt nice ist. Und wir haben jetzt halt natürlich freie Bahn, können einfach uns die Gebäude schnappen. Natürlich wäre es jetzt geiler, wenn wir Stahlkuhlen oder so hätten, weil Stahlkuhlen wäre natürlich deutlich besser, um halt jetzt in die Gebäude zu klatschen, aber wir kriegen es auf jeden Fall trotzdem hin, das ist ganz gut. Nein, geh nicht zu meinem Gebäude. Hm, ich kriege noch ein bisschen mehr. Oh, ich bin der Einzige, der noch am Schneemissivitschein, außer der, so die KI. Oh mein Gott, ich habe es gerade noch hingekriegt. Okay, wir haben richtig viel Geld gemacht, nice. Und durch das Gesparte habe ich sogar auch noch richtig viel Kohle. Hm, was mache ich denn jetzt? Ich bin schon so hart auf Challenges eingestellt, dass ich eigentlich nie daran denke, dass ich eigentlich irgendwas anderes machen kann. Einfach ganz normal zum Beispiel. Ich habe eigentlich eine Idee, könnte man eigentlich auch mal, oh, warte mal, ups, was soll ich denn hier nehmen? Was macht ein Geld? Das ist nur einmal, das nehmen wir den hier. Könnte eigentlich, einteilig habe ich schon mal an Challenges gedacht, wo man nur Einheiten nimmt, die zum Beispiel standmäßig 200 kosten. Sowas wie Panzer, Sturmrufer, Starkuhlen, halt den ganzen Kram hier. Oder halt sowas wie halt, was halt standmäßig nur 300 kostet oder so zum Beispiel. Achso, Hacker sind ja auch 200, ne? Oder etwas, was zum Freischalten zum Beispiel 100 kostet, zum Beispiel, weil Hacker kosten ja 100 zum Freischalten. Ähm, genauso wie Geister und Skorpionen, das heißt, man dann halt diese drei Einheiten hat zum Beispiel, die man nur nehmen kann. Was irgendwie schon eine sehr schwere Kombination ist, weil du hast nichts wirklich zum Flug, also, ja, Flugeinheiten zu klatschen, außer der Geist, und der ist jetzt nicht wirklich das Beste. Davon muss man sagen. Das Einfachste wäre, glaube ich, einfach mal den 200, weil du halt so viel geile Auswahl hast. Und halt natürlich die Riesen sind auch ganz gut. Ähm, so Kriegsfabrik würde ich sogar tatsächlich auch dazu zählen, weil das Größte halt immer 200 auch freigeschaltet. Dass ich halt damit gehe, dass halt alle Einheiten, die mit 200 freigeschaltet werden können, Ich habe ganze Zeit gelabert und habe nicht gemerkt, dass die Zeit vorbei ist. Oh mein Gott, ja, ich wollte Geld sparen. Das habe ich jetzt gesagt. Oh, dann labert man die ganze Zeit, ne, dann kommt man gar nicht mehr drauf klar. Ach, verdammt, ach stimmt, aber ich habe ja noch was vor. Ich wollte ja hier, ach Mensch, ja. Habe ich nicht vergessen, ach Quatsch. Ja, dann werde ich mir jetzt mal überlegen, was ich machen will, weil... Ich wollte, dass man mich überholt mit den Punkten, genau. Oder, ähm, 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 ich wollte den Feind eine Chance lassen, genau. In der ersten, zweiten, zweiten Runde ist das auch irgendwie Quatsch, ne? Ach, ist ja auch alles egal. Ach, zu lang gelabert wieder. Und das erklärt. Okay, ich glaube, ich werde gleich einfach nur Rieseneinheiten nehmen. Und der Grund der Challenge ist, dass man wirklich von jeder Rieseneinheit eine mindestens haben muss. Versteht ihr? Das heißt, ich brauche mindestens eine Festung haben, einen Schmelzpunkt, einen Vulkan, eine Kriegsfabrik und einen Sandwurm und einen Oberherr. Oder Overlord. Ich sollte Overlord einfach sagen, was steht da so im Spiel so. Und dann hört sich das geil an. So, und einen Overlord halt. Und, ähm, oh, der war fast tot. Wir haben es trotzdem nicht geschafft. Oh, doch, einer hat es geschafft, mich zu überholen. Okay, Moment. Ähm, das heißt, auf gut Deutsch kann ich tatsächlich... Mobiles Leuchtfeuer, brauche ich das? Ne. So viele Rieseneinheiten, die ich gleich haben würde, macht das keinen Sinn. Das heißt, ich muss jetzt erstmal überlegen, was ist denn die beste Einheit, die ich mir jetzt am Anfang direkt holen kann. Oh Mann, jetzt überlege ich schon wieder zu lange. Warte mal kurz. Ich glaube, ein Oberherr ist ein guter Start, ne? Ich mache meinen Oberherr. Geben wir denen schon mal das. Gut, ich hoffe, ich kann überhaupt... Ich hoffe, ich kann überhaupt hier alles noch machen, was ich wollte, weil ich habe jetzt eine Runde, die mir komplett fehlt, halt, ne? Oh, der Boss kommt jetzt schon, das ist interessant. Lauft schnell! Ne, ihr müsst euch das Gebäude holen! Niemals kriegen wir das hin. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich kriege noch ein paar Rieseneinheiten als Auswahl. Habe ich gerade Rieseneinheiten als Auswahl gehabt und nicht genommen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich könnte mich auch irren, aber ich glaube, dass ich nicht... ne. Jetzt können wir da hinpacken. Was fehlt... Was bringt denn hier jetzt bei dieser Masse, die wir haben? Was habe ich hier nochmal drauf? Eigentlich muss ich ehrlich sagen, möchte ich einfach so einen Blob haben. Einfach so einen Blob, der sich hier einfach lang bewegt, wisst ihr? Hier, ich kann nicht ein paar Wasp wegziehen? Klitschen, das ist ja neins. Wir haben sehr viel Wecker und das ist gut. Ach genau, der juckt das ja gar nicht für mehr ein. Stimmt ja. Okay, wenn ich jetzt alle noch Level haben möchte hier, das wäre ein Problem auf jeden Fall. Nice, hab ich nur bekommen. Ich hab noch, ich hab noch die Range, ich hab noch diese Scharfschützen-Skillung bei den Festungen, wenn ich gerade. Ups. Ich bin aber nicht mehr erst, also das ist schön. Hm, dumm, 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 dumm. Okay, sorry, aber das hier zu bekommen, ne, umsonst fast. Okay, 400 war das jetzt nicht umsonst, aber hey, ich weiß, was ich mein. Ist schon nice, auf jeden Fall. Hm, was brauche ich denn hier noch, schönes? Ah, ein Flammenwerfer. Flammenwerfer ist auch noch ganz nice. Ich brauche ja nicht noch Fangs oder so, ne? Verdammt. Genau, deswegen, ich brauche eigentlich, eigentlich müsste ich das nochmal machen und dann halt meine Fähigkeiten hier noch irgendwie anders machen, dass ich dann noch die ganzen Kriecher-Spawn so habe. Das würde noch nice sein. Hm. Schmelzpunkt, oder? Ich mach mal auf den Vulkan. Was ich hier nochmal daneben stelle. Und dann hier so. Und das war wunderschön. Schon sehr viel weggehauen dadurch. Hm. Muss ich wieder aufsteigen, ne, Junge. Oh, Mann, der wäre so nice Geld gewesen wahrscheinlich. Oh, jetzt geht aber ein Feind, den, ne, das ist so... Schmerz so hart, das wüsste ich gar nicht. Oh, wie viel Schrott hier rumliegt, ey. Die KI hat aber wieder gewonnen. Interessant. Je... Okay. Fette Mega-Panzerung, oder? Fette Mega-Panzerung, oder? Hm. Wenn ich nochmal hier rechtsgleichen platzieren, falls euch fragt. Warum nur zwei von denen? Also jeweils einen von denen. Ähm. Muss ich mal eben machen, damit das nicht so viel kostet. Das ist ja sehr wichtig. Das können wir weg, Machi. Schmacki, Lucky. Schmucki, Loco. Ach, keine Ahnung. Ich glaube. Hm. Ja, mach mal so. Äh. Er ist Stufe 8? Alter, what the fuck? Warum haben wir hier eine Stufe 8 da, ey? Krass. Long. Also ich sollte denen auf jeden Fall noch Heilung geben, das wäre noch heiß. Kostet um 350. Kostet eh nicht sehr viel tatsächlich, deswegen... Auf jeden Fall ganz gut. Okay. Okay. Oh mein Gott. Stufe 9er schafft es ja genug. Okay. Oh, nice. Verdammt, ich gehe in Führung. Damn. Führung, Schmürung. Island, Love, Führung. Hier, nehmt ihn. Aber lasst mich gehen. Hm, so die Dudes mit dem Kram, den die haben. Auf jeden Fall im Aufwerten. Das machen wir so. Machen wir so. Der kriegt auch noch ein Level. Reich heute kriegen die Schmelzpunkte, weil es wichtig ist, finde ich. So. Now the only thing left is warm. Ne? Ist das richtig? Ja, genau. Würmchen fehlen nur noch. Kleinen Würmchen. Vielleicht kriege ich ja gleich noch als Einheiten-Drop. Ich glaube, auf den Einheiten-Drop warte ich dann. Dann kriege ich vielleicht ein Fünfer, Sechser oder sowas. Das wäre echt nice. Ach Quatsch, ne. Jemand hat ja schon Würmer hier, ne? Habe ich nicht irgendwie in die Kommentare gelesen, dass es dann nicht mehr droppt oder die Wahrscheinlichkeit niedrig ist oder dass es gar nicht mehr kommt? Ah, verdammt. Damn. Ähm. Ja gut, dann muss ich halt doch kaufen, ne? Ne, egal. Dann werden wir erstmal eh kein Geld mehr. Achso, das erste Mal, dass ich übrigens nicht dem Boss ausweiche, lustig. Nach Ewigkeit immer wieder, weil Schensch musste ich ja... Oder habe ich immer irgendwie die... Dacht, dass es wichtig ist, dem auszuweichen, aber... Naja. Ja, der braucht ein bisschen Geschwindigkeit. Äh, Reichweite man nicht. Nicht Geschwindigkeit. Oh, oder Feuer. Genau. Die Vulkane brauchen Reichweite und Feuerwerfen müssen die auch können. Und ich muss auf jeden Fall der Kriegsfabrik auf jeden Fall auch diesen Anti-Air geben, damit... Dann können mich die Overlords gar nichts machen mit ihren Schüssen. Ist ja auch noch wichtig, tatsächlich. Hm. Ich glaube, das gewinnt der Gelbe, könnte das sein. Ja, das gewinnt der Gelbe. Ja. Ich führe nicht mehr. Das heißt, der Boss geht jetzt ihm auf den Sack. Das ist very good. Yes, I like it. Senior Angerspezialist überspringt man jetzt meist mal nicht. Hm. Okay, Anti-Air. Das wollte ich haben. Ich will das verkaufen. Mir die Würmer möchte ich mir eigentlich noch nicht freischalten, weil ich brauche eigentlich... Hat der mit seinen... Ne, hat Anti-Air. Okay, das heißt, der wird das auf jeden Fall... Auf jeden Fall was gegen machen können. Ich glaube, da haben wir uns doch jetzt Würmer noch, oder? Nein, ste... Einholen wir uns irgendwie. Das wäre noch ganz neus. Ach, ich kann den immer noch nicht verkaufen, den Kram hier. Schau, das kann ich bald. Hm. Jetzt habe ich die Fähigkeiten drauf. Ah, Luft hat er auf jeden Fall. Das ist gut. Ich werde ihn sogar ganz hinten platzieren, weil der eh so von dem schnellste Tung. Kollege, deswegen. Ich meine sind wir mal ehrlich, ich werde die geschehen auf jeden Fall nochmal neu machen. Nur dann halt, dass ich Riesenspezialisten nehme, weil... Ich glaube mit Riesenspezialisten funktioniert das ganz gut, oder besser. Wisst ihr was mein? Nur ne Vermutung natürlich, aber... Hab ich das Gefühl. Oh, verdammt! Ja, genau. Okay. Ich habe ein schlechtes Gefühl gerade, muss ich zugeben. Warum kriege ich so einen Scheiß nur? Dass ich drei Millionen Jahre noch verkaufen muss. Aber ich sagen muss, die kriege ich ja mal jetzt nicht wirklich viel, also ist okay, glaube ich, dass die hier sind noch. Trotzdem ist das blöd. Hm. Ja, die Fähigkeiten, die ich auf manchen Einheiten drauf habe, gefallen mir nicht, wenn ich ehrlich... Ähm. Funktioniert das auch gegen Luft Einheiten? Ich weiß gar nicht. Wurde das nicht so gemacht, dass es jetzt auch gegen Luft Einheiten funktioniert? Ich bin mir sicher. Wenn nicht, ist jetzt blöd. Dann habe ich es umsonst gemacht. Aber naja, wenn doch, dann ist gut. Auf jeden Fall, ja. Geld leihen jetzt und dann machen wir das so. Hm. Ja. Ah, ich habe vergessen, den, die Panzer zu killen. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nichts gebracht hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nichts gebracht hat. Nein. Jedenfalls zwei Riesen von mir haben überlebt. Jedenfalls etwas, ne? Okay. Okay. Letzte Runde. Lettes Glück. Hm. Es würde mir viel bringen, wenn ich das nochmal machen würde. Noch eine extra Einheit von der anderen Sache. Festung. Ich glaube Schmelzpunkt. Ich glaube echt Festung. Warum nicht? Zwei hat die doppelt von allem mehr. Also, ganz ehrlich. Muss sich auf jeden Fall lohnen. Ich hoffe nur die Range von der Explosion hier von der Rakete ist hoch genug, damit die alle sterben sollten. hoffentlich. Nice. Danke. Wie finde ich auch mal, wo ich hier nicht gewusst. Wie finde ich ganz gut. Auch mal, wo ich nicht immer noch nicht verstehe. Ach, weil ich das nicht verstehe. Noch nicht locker ein. Aber wenn ich nichts in der aplication habe, würde ich eigentlich nicht schlagen. Und ich schlauche mich nicht, weil die ganze Zeit hast das constrained. Ja, aber was ich zweitens. Ja, was ich nicht. Du hast denn vor dem Schraub. Ich weiß nicht. Und ich weiß. Ich weiß nicht. Vor mir schon mal. Ja. Ja, es wird das nun. Und ich sehe mich. Ja, die Schmelzpunkte hier hinten sind natürlich richtig stark auch, ey. Ernstlich. Okay, der Gelbe hat mit dem Boss ganz gut, äh, tatsächlich sogar... ... haben's gut weggeknallt sogar. Okay, der Schmelzpunkte ist auch nicht gut am Start hier. Ich muss sagen, nur Riesen-Einheiten ist schon echt nice, also... ... aber, naja... ... gegen die Massen an Feuerkraft, die der Gelbe hat, er konnte ja auch nix machen. Ich möchte mal wissen, was der ein hat für Einheiten. Was hat er hier gehabt für... ... Alter, 56.000 pro Schuss, krass. Oh. Interessant, äh... Ach, der hat sogar bei denen, hat er sogar den Schaden erhöht, krass. Ich muss sagen, mir gefällt, was er hier hat, der Gelbe, GG, auf jeden Fall, nice. Sogar das hier komplett weggerotzt, also... ... wohlverdienter Sieg auf jeden Fall, aber ich bin Zweiler, was etwas. Und, ähm, ich werde nochmal die Fähigkeiten auf jeden Fall überarbeiten von den Einheiten hier. Ich glaube, ich würde dann anstatt von Schmelzpunkt, anstatt hier Energiebeugung, wenn ich zum Beispiel dann kriege ich ja noch spawnen, und ich würde dann von Anfang an darauf hinarbeiten, dass das direkt auch funktioniert, weil ich bin ja dann in eine Runde 3 erst reingegangen, richtig. Und hier wäre auch, äh, ja, Barriere besser. Anti-Luft-Sperrfeuer natürlich behalte ich, aber dann halt hier noch Fang-Produktion, bla, und so. Das wäre dann auch ganz nice. Klar, ich werde natürlich bei den Kriechern und so wirklich keine Fähigkeiten kaufen können, weil ich die natürlich direkt verkaufe. Dementsprechend, aber sowas wie die hier zum Beispiel auch als mechanische Teilung zu nehmen und dann, dass die hier Sachen spawnen, wenn die sterben, ist, hat auch ganz, äh, gute Möglichkeit, um da halt ein bisschen, äh, Kanonfutter zu erschaffen mit. Dann muss ich auch sagen, dass, ähm, hätten wir unsere... Ja, hätten wir das mit den Fang-Produktionen gehabt und so, wäre das auf jeden Fall mit den Phönixen, äh, deutlich einfacher gewesen, halt dagegen zu kämpfen. Ja, ganz gute Level hier gehabt auf jeden Fall. Oberherr, Festung, Schmelzpunkt auf Stufe 5 auch, also, wir fahren gute Damage-Dealer. Das ist ein, warte mal, wo ist denn schon? Ach, der 2. Stufe 2 Oberherr, Overlord hat tatsächlich am zweitmeisten gemacht, krass. Wie viel hat der denn eigentlich? Ja, da richtig viele Oberherr, der Junge. Drei, sechs, zehn Stück hat der. Und ich hab nur zwei Stück, 1. Stufe 6 und 1, 2. Nun gut, hätte ich am Anfang direkt auch die verkauft hier oder irgendwas, dann hätte ich das auch wegbekommen. Warte ich ein bisschen blöd jetzt da in diese Richtung, dementsprechend, ja, dann muss man halt echt von Anfang an halt direkt darauf natürlich dann hinarbeiten, dass man dann keine Ex-Einheiten auch hier noch übrig hat. Aber es sind nur Griecher, die 32.000 Schaden gemacht hat, deswegen ist es okay. Okay, ähm, vielleicht auch irgendwie, was das für ein Name hat, Gopi und Eulenfeder. Okay, Kuli, du hast jetzt nicht zu. Ich sage okay. Der ist lustig, der Name, aber Eulenfeder. Das Deutsch kenne ich sofort, weiß ja, das bedeutet lustig. Naja. Alles klar, es ist sehr warm, da merkt man vielleicht, ich bin ein bisschen ausgelockt. Ähm, es hilft nicht, dass mein PC hier voll hart am Heizen ist. Aber man braucht mal jedenfalls im Winter keine Heizung, das ist ja schon mal positiv in diese Richtung. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alle noch da draußen ein wunderschön kaltes Wochenende und dann, ähm, bis zum nächsten Mal, Leute, Schau. Und dann, ähm, bis zum nächsten Mal.